Meine Fresse Komm Jo Leute was geht ab und willkommen zu einer Folge Survival Games Heute auf der Map Survival Games 6 und es geht gleich los wenige Sekunden bis zum spaß spaß ja umg deiner und ungeil es geht los ja komm glauben ja alles das ist nicht schön gar nicht schön ok jetzt einfach nur noch so schnell wie möglich eine Waffe finden da ist eine Kiste Goldapfel ja da ist einer verpiss dich alter warum folgt der jetzt uns wieder ohne Scheiß wenn der uns jetzt die ganze Zeit verfolgt ich hab doch eh nix meine Fresse komm hab Goldapfel gefressen so ja öffne die Kisten ich bin weg ciao boah leck mich am Arsch was für ein Manöver hier ich finde einfach keine verkackte Waffe Nächster verfolgt mich Mann ich bin verpissig verpissig oh nee beide gehen einfach nur auf mich ja geht ihr beide auf euch ich geh meinen Weg ciao verpiss dich ich schwör verpiss dich verpiss dich Junge da kommt der Nächste ne ja schlägert ihr euch ja ich kann flüchten schnell weg hier da hinten ist auch einer bitte lass da ne Waffe drin sein so die mach ich jetzt Geschichte hier boom schnell weg ah schnell 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 weg hui so erst mal alle weg ey das war schon noch richtig knapp am Anfang alter boah ein Herz mit einem Herz haben wir überlebt wieso will der eigentlich gegen mich kämpfen ach so der will verkacken alles klar komm doch her alter ich schwör verpiss dich alter warum warum xx xx skiller xx boah ich hasse diese Namen alter ich wünschte wir könnten mal ne gute Map von Anfang an mit ner Waffe zocken wir hatten schon ein relativ gutes Equipment aber nein wir wurden eingebaut und dann kommt der mit der scheiß die Axt alter leckt mich am Arsch maaaan ey das 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 da 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 dreht man durch weißt wie wisst ihr das ist so aber gut ich hoffe die Runde geht jetzt eben 30 Sekunden bis zum Start warum dauert das so lang wenn sie voll ist könnte sie doch in 4 Sekunden starten oder so oder der hat keinen Skin naja skinloser Typ ich hoffe es ist kein Hacker drin und alle sind gut okay 23 fahrbar mit einem Spieler ist schon mal sehr gut 15 Sekunden 10 5 4 3 2 1 0 go go ich hab ne Waffe und ne Angel am Anfang neuer Rekord so jetzt komm jetzt muss das hier aber mal was werden mich hab zurückgebacken ja 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 Feuerzeug auch noch komm jetzt jetzt noch full Iron und ein Steinschwert dann 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 sieht das schon anders aus hier alter verpiss dich so ist gut was hat der wieder für ne Range alter das boah digger möchte ich den schon so sehe ein Schlag hat er verteilt und ich krieg schon übelst den ja und sowieso die ganzen Heilungstränke hier in SG sind komplett scheiße weil davon gibt es eindeutig viel zu viele weil man findet ja nicht nur eins man findet direkt ja verpiss dich alter verpiss dich einfach aber gut das ist ein easy Gegner komm her so der wollte also nicht lange leben ja ist eigentlich sein komm da hinten ich glaube schon dann gehen wir jetzt weiter die Map ähm Vulkan of Death ist auch ähm relativ groß Erfahrung ich glaube da ist einer der hat Eisenrichtungen gegen den sollten wir vielleicht noch nicht kämpfen oder ne so alles mitnehmen zack Alter diese Maus ne wo ich hab ich ich hab ja Sprenten auf meiner Maus aber das macht er nicht immer deswegen ist ein bisschen komisch aber naja geht es geht so erst mal aussortieren hier wieder nein Bogen brauche ich ja Bogen 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 ein Bogen so schön zack 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 ah wir hatten gut so eine Ersatz äh jetzt haben wir Essen weggeworfen aber auch egal wenn der da schon war dann gehen wir jetzt mal weiter in Richtung da lang wo klatschen den da oben ja den sollten wir schaffen jawohl gleiche Gedanken hatten wir aber wir haben dann am Ende doch noch gewonnen das Liedwechselzeichen war mir ein bisschen im Weg ein bisschen scheiße aber muss mal wieder meine Tastlice umschalten hab nämlich grad eingestellt Tastlice automatisch ausblenden und immer wenn VLC in die Musik wechselt dann kommt da so eine Meldung und die Tastlice die ploppt aus dann seh ich nix mehr und das ist nicht so schön das ist nicht so schön so neues Essen nehmen wir mal die Steaks haben wir eigentlich Radar ja hallo mein Freund der hatte Diaxt boah leckt mich wenn wir den von hinten überraschen können das wäre natürlich das wäre natürlich schon episch komm lauf nicht so weit weg Junge jawoll hui den haben wir noch erwischt von hinten nicer Scheiß ohne Scheiß das war nice nicer Scheiß so die Runde hier wird doch noch was von der letzten Runde aus ich sag ja wenn man am Anfang eine Waffe hat dann ist sowieso schon mal sehr gut jetzt sind wir auch noch full iron das ist eigentlich noch besser und die Diaxt haben wir auch noch ja acht verbleibende Spieler ich glaub wir gehen mal spawn ja Teams verboten ich hab grad wirklich gedacht wir sind Teams erlaubt wenn das der Fall wär dann ja pfuh das wär ein großes Problem wir haben einen Kuchen falls wir abhauen müssen äh ja die Tastle ist echt zu klein also die Leicht hier unten weil da da könnte man meistens noch so viele Sachen reinklatschen wo ist noch nicht der nächste Warte die Teile hier nehmt mal mit man weiß nie ah ist wieder einer gestorben hinter uns wäre der nächste Gegner spawnt keiner doch ne ähm sagen wir gehen mal da lang weil ich hätte den schon gerne noch geklatscht komm her ey komm her aber von dem wo wir das Equipment geklaut haben das war schon mies dass wir eiskalt von hinten gekommen sind ja ja der geht der geht easy oh ne sein ernst wie viele Pfeile haben wir denn elf hm ist nicht grad besonders so gut aber na was gehen wir dem jetzt eigentlich hinterher abtauchen komm sieht er mich ich glaube er hat mich gesehen sonst würde er jetzt nicht so schnell abhauen so komm mach viele Fehler oh shit oh shit boots boots oh scheiße ja egal mit dem haben wir ich glaube kein Problem im deathmatch so ne ohne scheiß so deathmatch äh deathmatch hat gestartet fuck fuck ja genau was ist denn das für ne scheiße hier kennt man schon wieder oh alter staubend warum zieht mich das alter ich schwör ich spring da so rüber auf einmal zieht es mich runter in Lava alles klar beste warum warum naja egal ich würde sagen das war es von der heutigen Folge survival games wir sehen uns morgen wieder in der weiteren Folge also bis morgen ciao ciao